Kommen wir zum letzten Cointip. Nein, jetzt gibt es sogar einen Bonus noch von mir. Erlen, du bist einfach ein König. Leute, entspannt euch. Projekt, das wir schon weit in der Vergangenheit mal vorgestellt haben. Boah, gehen wir wieder im Bärenmarkt über und das mit Bullrun, das streichen wir jetzt einfach wieder. Nein, sagte. Es hat einen Grund, warum gerade heute dieses Cointip-Video online geht. Denn möglicherweise ist heute auch der letzte Tag, wo es richtig Sinn macht, nochmal die ein oder andere Position zu platzieren. Ich habe heute drei Cointipps für dich und in den letzten habe ich erst vor wenigen Minuten investiert. Also daher, bleib auf jeden Fall dran, es wird spannend. Auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, News, Talk, Deine Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, dann lass gerne ein kostenfreies Abo da. Und wenn du dich maximal schützen möchtest, wir haben eine 8-Punkte-Checkliste kostenfrei für dich ausgearbeitet. Wie du die bekommst, schau mal in die Description. Kurz noch in eigener Sache, vielen, vielen lieben Dank, wie dieser Kanal in den letzten Wochen gewachsen ist. Kommentare, die ihr hinterlasst, Likes, die ihr da lasst. Wenn euch auch dieses Video gefällt, es wäre mega cool, wenn du ein kurzes Like da lässt. Es soll den Algorithmus an, Corbin, auch gerne einen kurzen Kommentar schreiben. Am besten wohl so um die 10 Wörter. Das soll den Algorithmus am besten gefallen. Dich kostet es nichts, außer ein bisschen Zeit. Und uns lässt es den Kanal richtig groß wachsen. Vielen lieben Dank schon mal an dieser Stelle. Bevor wir in die Cointipps starten, hier noch ein kurzer Überblick, was gerade am Markt abgeht. Also ist echt krass. Und Leute, ich wollte es ja nie sagen, aber anscheinend ist XRP gerade so der große Gewinner mit 7% im Plus. Jetzt werde ich da wohl die nächsten Tage auch noch mal ein Video dazu raushauen, woran das jetzt liegt, warum da plötzlich dieser Pump ist, wo alles andere gerade nach unten geht. Ist schon spannend, aber Leute, entspannt euch dennoch. Bei diesen massiven Anstiegen, die wir in den letzten Tagen und Wochen hatten, also wo wir teilweise über 100% und mehr sprechen, das ist vollkommen okay, dass dann ein Markt mal korrigiert, auch mal um 10 oder 15%. Das heißt noch lange nicht, dass da irgendwas vorbei ist. Wir stehen immer noch gerade am Anfang. Zumindest was die Altcoins betrifft. Und das ist das, wo man jetzt einen Blick drauf werfen sollte. Bitcoin, ja, schon ziemlich hoch. Und dennoch wird es da durchaus möglicherweise noch weitergehen. Wir kommen gerade über krasse News gleich dazu, was da jetzt so passiert ist. Gerade über Nacht was reinkam. Aber dennoch darf man sagen, die Altcoins hießen. Die hat definitiv noch nicht begonnen. Und wenn man hier zu passend mal auf die Heatmap blickt, dann ist das auch durchaus interessant. Also hier liegt eine Menge Liquidität, aber allerdings hier in Anführungsstrichen hier unten. Da kann es schon sehr leicht sein, dass diese Liquidität noch abgeholt wird. Aber wie gesagt, hier oben baut sich jetzt mittlerweile auch einiges Interessantes auf. Also kann es schon leicht sein, dass sich da der Weg weiterhin nach oben ebnet. Und für alle, die jetzt da gerade auch so ein bisschen hysterisch sind und fragen sich, wow, was ist denn jetzt da mit den großen Institutionen? Ja gut, schaut euch mal die Werte bitte an. Also das ist schon krass. Also wenn wir hier mal blicken, alleine was da am 11. November und am 12. November reingeflossen ist an Millionen. Also wir sprechen hier jeweils an beiden Tagen von fast 800 Millionen Dollar. Freunde, das ist wirklich krass. Und damit kann man halt auch echt sauber arbeiten. Also da sieht man auch, die Institutionen, die sind on fire. Natürlich ganz vorne BlackRock mit dabei. Also bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Aber die lassen sich definitiv gerade nicht die Stimmung vermiesen. Und übrigens hier nochmal der kurze Beweis, warum gerade auch diese Altcoin Season noch nicht läuft. Wir haben die Institutionen, die gerade so richtig dick im Bitcoin drin sind. Was man definitiv merkt, ist, dass die Retailer, hier sieht man, der Wert, der steigt immer weiter an. Also jetzt kommen wir schon in interessante Regionen rein. Dass das Suchvolumen Richtung Bitcoin wichtig. Wir sprechen jetzt Suchvolumen Bitcoin, nicht Altcoins. Dass das von den Retailern jetzt langsam ansteigt. Und das macht es halt schon durchaus interessant, wo man sagen kann, okay, jetzt kommen die Retailer in den Markt. Wenn da dann entsprechend von Bitcoin abgeschöpft wird, dann kann man sich auch eben über die Altcoin Season sprechen. Aber das sind wir halt gerade noch nicht. Das dauert nicht mehr lange. Also ich denke mal ein paar Wochen vielleicht. Aber definitiv ist es jetzt noch nicht so. Auch wenn man sich vielleicht jetzt denkt, wenn man ein bisschen länger schon im Space ist, so, oh, jetzt ist das Ding schon um 100% gestiegen. Das war es jetzt. Nein, Leute, das war es noch nicht. Denn auch wenn du dir diesen Wert anschaust, du hast die Bitcoin Season, du hast die Altcoin Season, die Verschiebung Richtung Altcoin, die geht schon immer stärker. Aber wir sind noch nicht mal an der Hälfte. Und hier noch ganz kurz zur aktuellen News, die heute in der Nacht reinkamen. Trump macht Musk zum Berater für Kürzungen von Regierungsausgaben. Naja, wenn er dann in Amerika fertig ist, dann könnte er ja fast in Deutschland gleich loslegen. Aber das jetzt mal am Rande. Gut, Ampel ist eh Geschichte. Von dem her wird bestimmt alles besser mit einer neuen Regierung, bin ich mal ganz sicher. Aber das soviel zu dem Thema. Interessant ist nämlich, da hat er mal wieder ein richtig geiles Ding geschossen. Wisst ihr, wie dieses Department heißt? Department of Government Efficiency. Und das wiederum in der Abkürzung DODGE. Irland, du bist einfach ein König. Wahnsinn. Also echt geil, wie du das Ding wieder mal schön in die Namensgebung mit reingeschoben hast. Aber jetzt kommen wir direkt zu den CoinTips. Starten wir mit einem Projekt, das wir schon weit in der Vergangenheit mal vorgestellt haben. Und gleich vorweg, bis der erste aufschreit, nein, das ist kein reiner Meme-Coin. Wobei ich echt am überlegen bin, dass ich demnächst mal ein Meme-Coin-Video mache. Weil auch wenn ich mein Portfolio anschaue, sind halt Meme-Coins die Positionen, die am krassesten bisher performt haben. Also schreibt dazu gerne mal in die Kommentare, wenn wir mal darauf eingehen sollen. Das glaube ich, könnte durchaus interessant sein. Auf jeden Fall Milkback, ich muss nachschauen, habe ich irgendwas im April diesen Jahres vorgestellt. Wir sprechen hier von einer Kombination aus Culture-Meme-Coin und echter Utility. Und jetzt wird es spannend auf der Solana und auf der Bear-Chain. Jetzt darf man sagen, hä, was ist denn jetzt die Bearer-Chain? Ja, also Bearer-Chain, ich blende dir das jetzt auch gleich nochmal ein. Das ist eine Chain, die ist aktuell noch nicht gestartet, soll aber richtig mächtig werden. Und da in Kombination Thema Cross-Chain, dann in Kombination eben mit Solana, wo schon der Hype da ist. Jetzt lasst er mal auf der Bearer-Chain ähnlich ansatzweise eine Performance hinlegen. Dann kann das natürlich die Reichweite von Milkback extrem nach oben schieben. Das Projekt selbst, das gibt es jetzt seit mittlerweile knapp acht Monaten. Also wir waren da auch relativ am Anfang mit dabei. Müssten auch danach knapp ein 4x sowas erlebt haben. Fokus ist hier definitiv langfristiges Wachstum. Also da gab es auch nicht so irgendeinen depperten Pre-Sale oder sowas, sondern da darf man echt sagen, starke Community, die aufgebaut wurde. Das Projekt selbst, das war auch wiederum Sponsor bei der Conference in Dortmund. Also alles in allem schick. Der Token selbst ist auch deflationär. Also wir haben jetzt da mal ein bisschen recherchiert. Pro Tag werden derzeit 100.000 Token geburnt. Und jetzt nochmal kurz zur Utility, weil klar, das eine, das ist jetzt Meme-Charakter. Wir haben Community und so weiter. Milkback-Token selber erhalten exklusive Features wie zum Beispiel Airdrops und Early Access zu Projekten auf Bearer-Bus. Was ist denn jetzt Bearer-Bus? Bearer-Bus ist die bessere Version von PumpFun und bietet Nutzern eine innovative und optimierte Plattform für Token-Launches auf der Bearer-Chain. Ja gut, also wenn wir uns jetzt diese Optik mal im Vergleich anschauen, also allein beim User-Interface, hängt PumpFun schon ein bisschen zurück. Also direkt zurück zu Bearer-Bus. Über den Bearer-Bator, das ist der Launch- und Incubator-Service von Bearer-Bus, da können Projekte Unterstützung und Sichtbarkeit erhalten, um erfolgreich auf der Bearer-Chain zu starten. Es gibt dann auch noch Honey Hustle, das ist ein Clicker-Game, übrigens das erste auf der Bearer-Chain. Und das bietet wiederum einzigartige Integrationsmöglichkeiten, um eine breite Community zu erreichen und natürlich mehr Interaktion, mehr Engagement und so weiter zu bekommen. Wenn dich jetzt mal interessiert, was hinter diesen Clicker-Games steckt, also wir haben das mal zur Hamster-Combat entschlüsselt und was da eigentlich die Vision ist und warum das überhaupt nichts mit Krypto in dem Fall zu tun hat, klick dich gerne mal hier rein. Übrigens werden Profite von Bearer-Bus auch direkt in Milkback reinvestiert. Also gerade diese Gelder, weil da haben wir uns dann auch mal schlau gemacht, das ist natürlich nicht zu erfahren, ja okay, da wird irgendwas reinvestiert, aber wo? Am Ende vielleicht noch ins Team. Nein, die Gelder, die fließen in Marketing und Development. Und das ist halt eine tragende Säule, ganz klar. Projekte selbst können auch eine direkte Partnerschaft mit Milkback eingehen. Und da gibt es ein Produkt, ich nenne es jetzt mal Produkt, den sogenannten Multi-Sender auf Solana. Da bietet Milkback ein starkes Tool, das es Partnern ermöglicht, Tokens effizient und schnell an eine große Anzahl von Nutzern zu verteilen. Also zum Beispiel, wenn es Community-Belohnungen gibt, Airdrops etc. Also durchaus interessant, das ist jetzt bestimmt keine Neuerfindung. Allerdings das Tool selbst dürfte schon die ein oder andere Anwendung finden. Und dazu nochmal ein kurzer Blick auf den Chart, warum ich dieses Projekt so spannend finde. Es gibt ja Meme-Coins und Meme-Coins. Du hast diese, die mit Pre-Sale irgendwie starten und dann im Endeffekt ist das Ganze halt Pump and Dump. Aber wenn du dir hier anschaust, es gab hier einen Start, es gab hier dann erstmal eine krasse Bewegung nach oben, dann ging es wieder abwärts, aber zurückgekommen und so weiter. Und wir haben hier definitiv einen Uptrend, den man sehen kann. Und auch wenn man sich das Ganze hier anschaut, also zum einen mal korrekturtechnisch, was jetzt so in den letzten Stunden passiert ist, hat sich Milkback erstmal nicht viel anmerken lassen. Und auch wenn man sich das hier anschaut, ich habe hier jetzt extra mal diese Linie eingezeichnet. Natürlich kann man jetzt mal drauf pokern und sagen, ja, vielleicht kommt der nochmal zurück. Und man holt sich dann hier entsprechend ein paar Token und geht dann nach oben weiter. Also ich zeichne dir das mal schnell ein, dass du weißt, was ich meine. Also entweder es geht hier nochmal runter und hier hoch. Es kann aber natürlich auch sein, dass es hier direkt nach oben weitergeht. Also daher, du merkst meine Zeichenkünste, zum Glück bin ich im Investieren besser. Auf jeden Fall, lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist meiner Meinung nach, ohne jetzt hier irgendeine Anlageberatung zu machen, nicht der schlechteste Zeitpunkt in dieses Projekt möglicherweise reinzugehen. Aber wie gesagt, es ist ein Meme-Coin. Jeder investiert mit seinem eigenen Geld, eigenes Risiko. Aber ich persönlich finde es spannend, wie da das Wachstum so kam, auch wie die Community aufgebaut wird. In Kombination natürlich muss man abwarten, wie entwickelt sich eine neue Chain, wie eine Bärer-Chain. Aber alles in allem schaut gesund aus. Und da könnte schon eine Menge Musik gerade zum kommenden Altcoin-Season, zum kommenden Bullrun eben für die Altcoins durchaus drin sein. Kommen wir zum nächsten Projekt und zwar Based AI. Wer unseren Kanal schon etwas länger verfolgt und vielleicht einer der wenigen Menschen waren, die vor knapp, bitte festhalten, zwölf Tagen unser Video angeschaut haben, da kommt jetzt echt ein bisschen Schadenfreude durch, sage ich mal Happy Profits. Denn da waren wir damals bei 2,44 Dollar und damals ist original zwölf Tage her. 2,44 Dollar, wir merken uns. 4,25 Dollar. Hm, okay. Also damals habe ich auch ganz klar im Video erklärt, war jetzt keine klare Bodenbildung zu erkennen etc. Aber ganz ehrlich Leute, das Projekt, das hat schon echt Potenzial. Warum ich dir das jetzt erzähle, ist, weil wir zum Tag heute alleine zwölf Prozent im Minus stehen. Also in den letzten 24 Stunden. Und das heißt halt mal wiederum, könnte spannend sein, da vielleicht eine Position mal zu platzieren. Denn nach wie vor, auch wenn der Wert jetzt deutlich höher ist, als das, was ich vor zwölf Tagen gezeigt habe, heißt das noch lange nicht, dass da Ende ist. Also wir sprechen hier in einer Kombination mit Pepecoin. Jetzt wirst du dich fragen, mit einem Meme-Coin, wie soll das sein? Vor allem dem echten Pepecoin. Hä, da gibt es zwei. Ja, genau. Deswegen, wenn dich das näher interessiert, klick dich da mal gerne ins Ursprungsvideo. Ich verlinke dir das mal hier oben. Würde ich mir definitiv mal anschauen, würde auch unserem Kanal folgen und am besten auch die Glocke aktivieren, dass dir sowas eben nicht nochmal passiert. Aber wie gesagt, hier kann man ganz klar sagen, das kann durchaus spannend sein. Wir sprechen hier zu einer möglichen Konkurrenz von Bitensor. Wenn du jetzt nicht weißt, schau dir mal diesen Chart an. Schau dir das Market Cap an. Da müssten wir irgendwo so bei drei Milliarden oder sowas stehen, ohne jetzt nachgeschaut zu haben. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn es anders ist. Auf jeden Fall, wir sprechen hier von gerade einmal 150 Millionen Market Cap. Ey, da ist noch eine Menge Musik drin. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Ding auch in den Milliardenbereich geht. Kommen wir zum letzten Cointip. Nein, jetzt gibt es sogar einen Bonus noch von mir, weil ich es gerade sehe. Taurus AI, also ich muss echt sagen, was die marketingtechnisch machen, finde ich echt stark. Jetzt hier auch bei CoinMarketCap am Start. Die wissen, dass es nicht nur bei AI darum geht, eine tolle Infrastruktur zu bauen. Da geht es auch ein Stück weit um Hype und logischerweise um Community. Wir sprechen hier von einem Projekt, das von der Solana Foundation gebacked ist. Und das bietet halt quasi die Infrastruktur auf Solana zum Thema AI. Wen das jetzt näher interessiert, ich gehe jetzt auch überhaupt nicht tiefer ein. Ich nehme jetzt auch nicht den Chart zur Hand. Ich gebe dir nur den Tipp, also offen gesprochen, ich möchte jetzt auch nicht parteiisch werden, weil ich habe da durchaus eine große Position in diesem Projekt drin. Daher, wie gesagt, wenn es dich näher interessiert, klick dich mal gerne hier rein. Aber abschließende Worte, wenn Solana weiter so performt, wie die jetzt gerade performen, dann dürfte sich das auch hier niederschlagen. Und somit kommen wir zum letzten Projekt, wo ich gerade auch noch nachgekauft habe, und zwar GLQ. Also ich habe das Ganze mal nachgelesen und mich da auch mal ein bisschen reingefuchst, was dieses Projekt genau macht. Also zum einen erstmal kurz der Chart geblickt, finde ich persönlich halt auch spannend. Ja, es sind nur 5%, alles klar. Und natürlich, der hat auch in den letzten 7 Tagen ordentlich Plus gemacht. Aber Leute, hättet ihr halt früher starten wollen, ja, dann hättet ihr halt auch früher investieren müssen. Also dann halt am besten im Sommer etc., wo hat natürlich jeder gesagt, wir sollen mit Cointips, Krypto ist eh tot. Jetzt kommen alle zurück. Deswegen, klar, es hätte noch bessere Werte gegeben. Allerdings auch das Market Cap hier ist halt wirklich low. Also an der Stelle darf man auch sagen, es ist natürlich entsprechender Risikofaktor auch dabei. Nochmal ganz klar, keine Anlageberatung. Und klar, hättest du hier unten gekauft, wäre es halt nochmal anders gewesen. Aber alles in allem sind auch die Prozente im All vollkommen okay zu dem, wo das Ganze schon mal stand. Und auch beim Market Cap ist halt eine Menge Luft drinnen. Jetzt aber nochmal kurz dazu, was dieses Projekt überhaupt macht. Also wir sprechen hier quasi von einem Chat GPD für Programmierer und Entwickler. Also das bedeutet auf gut Deutsch, alles was Automatisierungen auf der Blockchain betrifft, Kryptoprozesse etc., kannst du darauf zugreifen, ohne Programmierkenntnisse zu haben. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, darf mich auch jeder gerne korrigieren, wenn es anders wäre, kann das ein Nicht-Programmierer in dem Fall eingeben in dem Tool und bekommt dann eben die entsprechenden Programmierzeilen raus, ohne eben die Programmierkenntnisse haben zu müssen. Das ist halt wieder so ein Infrastrukturprojekt, wo ich persönlich ziemlich nice finde, weil ich sage, du bist halt nicht abhängig davon, ob dann da irgendwas, ja, in diesem einzelnen Projekt, das ist halt wieder so ein Infrastrukturprojekt, wo ich ziemlich cool finde, weil es halt einfach eine Plattform für Menschen ist in dem Fall, die andere Projekte in irgendeiner Form starten. Und es ist halt schon sehr naheliegend, gerade was die Geschwindigkeit betrifft, dass man sich dann nicht selber mehr an die Codierung hinsetzt, sondern da entsprechend solche Tools zurate zieht und somit auch schneller Projekte launchen kann. Also alles in allem, klar, Risiko, aber ich persönlich finde das schon ziemlich spannend und das kann sich schon durchaus durchsetzen. Also ja, sind wir mal gespannt, wie gesagt, ich habe vorhin selbst noch investiert, gucken wir mal, wie da so die Entwicklung weitergeht, aber heute könnte grundsätzlich, egal mal in welches Projekt, ein guter Zeitpunkt sein, weil solche Rücksätze nutze ich persönlich sehr, sehr gerne. Und jetzt bin ich natürlich mal auf dich gespannt. Kennst du zum einen die Projekte? Hast du noch weitere, die wir vielleicht vorstellen sollen? Und ich stelle mir echt die Frage, da ich einen Bullrun halt auch schon mal ordentlich miterlebt habe, auch mit einem fetten Minus, wo ich knapp 100k verloren habe, ob ich nicht mal ein Video dazu bringen soll, wie denn auch die schlaueste Exit-Strategie ist, weil was du dir merken kannst, was du hier auch merkst, du wirst nie den minimalsten Bodenwert finden, wo du einsteigst. Also in der Regel, manchmal hast du Glück, aber unwahrscheinlich und du wirst auch nie direkt im Top verkaufen. Das heißt, es gibt schon ein paar Spielregeln, dass du auch realisierte Gewinne hast, weil die meisten, die werden halt einfach mal Geld verlieren, weil die sehen zwar ganz, 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 ganz viel im Wallet und verfallen dann in die Gier, dann kommt die Korrektur und dann war es das halt mit den fetten Profiten. Und daher bin ich echt am überlegen, ob ich dazu mal ein Video bringe, wie du auch Gewinne realisieren kannst, weil das wird gerade in den nächsten Wochen und Monaten extrem wichtig werden. Also schreibt dazu gerne mal in die Kommentare, wenn wir dazu was bringen sollen. Sonst, wenn die Diskussion weitergehen soll, dann komm auch gerne in unsere Telegram-Gruppe, da ist der Austausch ja doch ein bisschen einfacher. Link dazu in der Description. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.